Zeit ist Leben, Leben ist Zeit ist ein besonderes Buch, nämlich ein Wendebuch. Sie haben zwei Bücher in einem. In Zeit ist Leben geht es quasi um die Pflicht, wie Sie die Probleme mit der Zeit lösen können. Und in Leben ist Zeit geht es darum, wie Sie die Chancen der Zeit nutzen können. Und immer wieder gibt es eine kurze Parkzeit, um anzuhalten und das Ganze zu reflektieren. Und dazu habe ich Ihnen verschiedene Übungen zusammengestellt. Ihr Lothar Seilert